Wie viel haben wir? Uh, ja. Gucken wir mal rein. Ich habe einen gegnerischen Keeper. Der steht direkt gegenüber. Juwele ohne Ende. Ich habe hier auch Juwele. Ohne Ende. Okay, dann heißt es für mich. Da ist Wasser. Dann einmal bis dahin. Und einmal bis dahin. Wenn dann der 13 räumt, der hat gleich schon ein gebauter Dungeon. Das ist fies. Okay, da ist ein Dungeon spezial. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen kleinen Wachposter setzen. Nochmal ein Tentie für mich. 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 Nochmal ein Dungeon spezial. Das heißt, an sich ist das definitiv machbar. Machen wir das da. Dann machen wir hier ein Räumchen. Das wäre definitiv eine Schatzkammer. Das genauso. Die Juwele müssen erst mal weg. Da müssen sie auch erst mal weg. Ja, das kommt jetzt. Eins. Äh. Zwei. Da. Das passt nicht. Okay. Acht Imps. Zu wenig. Die müssen wir auf jeden Fall erst mal trainieren. Äh. Null. Was haben wir da für ein Spezial? Ein Multiplay- Der ist braurig. Increase zweimal. Okay. Da mache ich Wachposter. Wachposter. Ja. Zahnposter. Okay. Also hier machen wir das Versteck hin. Da machen wir das da. Hier kann ich mich schön aufbauen. Gleichzeitig kannst du Gegner aufbauen auch. Das heißt, es wird ein bisschen chaotisch. Hm. Ernsthaft? So. Hühnerform. Da machen wir noch ein Versteck hin. Und da machen wir noch ein Versteck hin. Einfach weil ich so viel Platz habe. Du kommst mit. Machen wir da noch eine Hühnerfarm hin. Irgendwo ist noch ein kleiner Imp gefunden. Trenningsraum. 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 Bibliothek. Bibliothek. So. Drei. Okay. Dann machen wir da auch nochmal eins. Drache will ich immer noch nicht. Spinne will ich nicht. So. Endlich. Endlich. So. Damit bin ich bei 15. Ich muss zum Multipli. Ich muss zum Multipli. Ich will das Gold-Offer habe. Extra nur für mich. Nichts gut. Oh. Was denn da? Increased Level. Schon wieder? Dann haben wir hier auch noch mal ein Increased Level. So. Gut. Schön abhole. Schön beides hole. Gut. Ich kann hier richtig schön bauen. Ein Raum kann ich noch machen. Also zusätzlich bauen. Die Imps-Trainerer. Das ist gut. So. Dann Trainerer 16 Imps auf 10. Auf 20 sag ich schon. Habe ich 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Also 36. Deutlich zu wenig. 3, 6, 9, 12. Halt. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Na. 30 Imps. Also im Prinzip 60 Imps. Könnte man sagen. Ai, ai, ai. Das wird interessant. So. Damit der mir keinen Strich durch die Rechnung mache kann. Sollte das mit dem Wach-Posche nicht funktionieren. Will ich hier im Prinzip eine Blockade habe. Das da kommt rein. Das da, perfekt. Ihr geht da hin. Zauberer Darüpper. Dann machen wir eine 30. verdammt. 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 39. 40. Nehmen wir mal erstmal da drüben. Ich will 50 Imps haben. So jetzt habe ich 246, 45 Imps. So, 45 Imps, da ist zu, da ist zu, gut, ich habe alle Zauber, das ist auch gut, irgendwie schade, dass es kein Reveal Map gibt, aber mit der Menge an Imps sollte es eigentlich gut machbar sein. Spinner, nein, da runter, das könnte ich eigentlich Handwerkskammer machen, mache ich aber nicht, gut, alles Kampfmäßige kommt da rüber, Wachposter kommt, hier hin, halt die Klappe, danke, Zauberer da hin, so. 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 Damit sind 45, sagen wir so 40 Kreature insgesamt da. Einer kann noch da rein. Prison. Ich glaube. Oh, Ork. Machen wir da hin. Die sind Level 6, okay. Geht ihnen alle 5, ihr Plätzl da. 50 Imps, das heißt, ich habe dann nachher 100 Imps. Was hat der an Juwelen? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, wenn er da drüber dran geht. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 49 Kreature. Aber interessant, dass es dort keinen Increase gibt, äh, Reveal Map. Halt, ne, du bist da. So. Und ihr geht da hin. So. Ähm, Folterkammer machen wir hier rüber. Hier kommt Tempel, Friedhof, Köderraum hin. Und dann wird. Ne, hier kommt Folterkammer hin. Ich mache drüber dran, äh, tatsächlich. Äh, sowas hin. Da kann ich keinen Raum mehr hinsetzen, verdammt. Da könnte ich noch einer hinsetzen. Dann wird das, wäre die 3 mit Handwerkskammern verbunden. Dann kann ich das doch machen. Wow. Äh, hier und hier. So, dann kann ich hier noch was machen. Hier noch was machen. Dann passt die Geschichte. Spinne, komm mal weg. Level 4. Ich habe hier, ähm, 3 Level steigern. Ne, 4 Level steigern. Das heißt, Level 8 wäre die dann. Da ich aber noch keine 50 Imps habe, wäre das ein bisschen schwer. Demon spawn. Nein. Folterkammer machen wir hier hin. Das passt. Handwerkskammer wird hier, die, die, die 4. Ja. Dann habe ich noch 3, 1, 2. Ich glaube, die lasse ich so. Hier mache ich nochmal, äh, Handwerkskammern. Dann mache ich da eins weg. Und dann kommt dort ein kühlter Raum hin. Ja. 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 Ich würde mal tun, aber ich wäldere die Trainierung. Hm, machen wir den Tempel. machen wir hier hin. 8.750. Wieso geht der eine ans Buddeln, während alle andere da am Gold sind? Keine Ahnung. Nein, Troll will ich nicht. Ich kann da auf jeden Fall reinschauen. Oh Gott, der geht an die Juwele. Da ist noch ein Heldebereich. Ist eins, was sicher ist. Friedhof. Also Tempel. Handwerkskammer, Handwerkskammer. Stimmt, da kann er nichts machen. Handwerkskammer, Handwerkskammer. Gute Frage. Handwerk, 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 Handwerk. Na gut, dann muss da der Friedhof hin. Und der Köderraum geht hier hin an einen von den Plätzen. Imps Level 5. 3, 4 und 5. So, dann. Der macht es aber schön brav. Aufmache, einsammeln, aufmache, einsammeln, aufmache, einsammeln. Die Rolle gehört zur Steigstück Kreatur. Ernsthaft? RTS Monochrom. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir? Die gehen darüber. Schönen guten Tag. Ich finde halt die Trolle tatsächlich nicht ganz so prickelnd stark. So, du ranst da hin. Dann brauche ich dich mal kurz. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Gebe ich ehrlich zu. So, lass mich mal schauen. Da laufe ich jetzt ungern mit einem Zehner durch. Wo ist der jetzt gelandet? Es gibt hier das schöne Phänomen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt gefixt haben in FX. Klingt komisch. Oder ob es tatsächlich so der Fall ist. Dass, ähm... Wenn man Teleport nutzt. Dass dann, äh, die Kreaturen irgendwo willkürlich hin teleportieren. Wenn man in der Symbiose ist. Alarm vor allem. Tür. Schau mal, ein Minishot kam. Lass mich da durch. Danke. Yay. Ich weiß mal ein bisschen mehr. Klingt nach einer Hühnerform. Und hier klingt es noch nach Hühnerform. Okay. So, jetzt kann ich mit dem Imp eigentlich nichts mehr machen. Aber ich würde schon gerne wissen. Hoppla. Aber wie gesagt, ich finde Trolle selber nicht ganz so stark. Es ist meine eigene Meinung. So. Halt. Da einer. Da einer. Da einer. Wir haben nur eine Mistress. Das ist komisch. So. Der hat nur eine kleine Schatzkammer. Ich habe hier zwei größere Schatzkammern. Was sagt mein Gold? Ich habe 23 Kreaturen. Level 6. Level 6. Ich könnte meine Ems auf 10 brettern. Aber ich will hier noch, ähm... Ah, Payday ist gleich. Payday ist jetzt. Machen wir das da als Schatten... Äh, Handex kann man wie gesagt. Das wird eine Handex-Kammer. Dann kommt der Friedhof hier rein. Friedhof brauche ich für das so eine halbe. Okay. 18,5. Das ist der teuerste Raum überhaupt. Der Köderraum. Ah, diesen Level-Up. Sehr schön. Der Zauberer, der Teufler, der hat Drache. Das heißt, ich kann tatsächlich im Köderraum seine Teufler und seine Zauberer holen. Drache will ich nicht. Könnte auf jeden Fall dann interessant werden. Du gehst da hin. Du willst trainieren, du gehst da hin. Ich habe auf jeden Fall ein großes Problem. Ah, stimmt. Lassen wir das doch tatsächlich so... ...dass die hier... ...schön hier drin ein bisschen Party machen. Ich will gar nicht wissen, wie das Ganze aussieht, wenn die alle auf 10 sind. Auf 3 reicht eigentlich schon vom Speed-Up. Da sind aber die Juwele hier drüber sinnvoller. Das sind nämlich 36 Spots. Und hier sind es nur... ...3, 6, 9, 12, 15, 18... ...30 Spots. So, Friedhof. Oh, Armageddon. Halt, die können ja auch... ...da Spaß haben. Ich wollte gerade sagen, da steht jetzt gerade einer fertig. ...dass ich nicht nehmen. Nein, oh, ein... ...juhu. Rein mit dir. So. Das zweite Dungeon-Herz ist mir ein bisschen... ...komisch. ...da liegt Gold. Da liegt auch Gold. Okay, da komme ich dann speziell... ...ich könnte speziell hier rein. Dann... ...komm du mal mit. Das ist sogar tatsächlich... ...oppla... ...die Mitte. ...da hin. Dann machen wir mal da auf. Ich habe ja alles zugesperrt. Dann kann da nichts mehr passieren. ...da ist zu, da ist zu. Ähm... ...aber... ...er sich halt nicht verstärkt. ...imps-Level... ...sieben... ...grat geworden. ...imps-Level... 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 Hey Interessant, dass es irgendwie Naja Ah, wegen einer blöden Dämonenechse Gott, der Gegner ist da im Prinzip Nippe dran Ernsthaft Das ist der Nachteil an Level 10 Dass die immer zum Gold Teleportieren wollen Beziehungsweise auch machen Ah, da ist schon nix Wenn ich jetzt da hinkomme Heißt Lord of the Land Und das will ich aber nix Das heißt Hierzu Hierzu Dann springen sie nämlich nicht mehr raus Level 8 So Ich will da am liebsten schon erkunden Aber Nicht mit Das heißt Lord of the Land Weil den Ritter will ich Ich will den Ritter behalde Bekomme So Jetzt mache ich nochmal Jetzt habe ich 50 Imps Jetzt kann ich es tatsächlich machen Oh mischt Der ist schon fast tot So Damit sind alle Imps Bereit Die sind fertig Ich gucke mal voll der Trainingsraum Okay Okay die hat sie nicht getroffen Okay die hat sie nicht getroffen Und die sind Level 5 Okay Damit habe ich eigentlich schon sehr viel erreicht Ja du gehst dich auf jeden fall ausruhen So 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 köder raum brauche ich doch das wert nämlich da drüben so einer von euch geht aber in der tempel verstärken moment 13 das heißt ich habe jetzt irgendwo einen kleinen orc rum rennen machen wir da eine holztür hin kann ich darüber auch noch ein hinsetzen ja dann kann sie nämlich noch daraus lassen und daraus lassen ok die uns haben keinen bock die hören darauf dass was gesagt wird schrecklich aber wenigstens tun sie mal verstärken aber wieso gehört rolle in das obere drittel das wird auf jeden fall einer davon noch eine hühnerfarm oder zwei das gefängnis kann ich weglassen der hat ein vampir gut dann wird es jetzt noch eine hühnerfarm da sind alle zwei zum foltern das ist gut ich brauche keine imms mehr äh keine juwelen mehr auf 36 stück müsste eigentlich gleich alle hierher springen so moment level 8 der mistress und kein speed ab doch 14 x jetzt schon ein vampir mehr ich glaube das nehme ich dann doch mal kurz ein so so Ein Wuffi. Mal was ganz Neues. Nehme ich aber nicht. So, zeig mir mal das. Die sollte aber gleich noch verstärken. Okay, der ist da auf jeden Fall schon mal dran. Das ist nicht gut. Ich habe mich dazu entschlossen. Hornies. Ich werde mit ein paar Hornies ein bisschen Spaß haben. Und nicht nur einer. Jeden Troll, den ich bekomme. Und wenn es dann nur acht Hornies sind. Da gibt es noch so viel zu verstärken und so viele Faule. Die sind jetzt Level. Sieben. Oh Gott, bald 50 Imps auf 10. Sieht sogar schon relativ schön aus. Mache ich sogar. Ähm. Funktioniert auch das, dass man sich Trolle holen kann? Ich glaube Spinnen und Dämonenechse ergibt ein Troll war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwas in die Richtung habe ich mal gesehen. Ich muss die Imps nochmal wegmachen. Ah nicht, ich habe noch keinen Rückbau. Passt. Dann soll die Imps dranbleiben. So. So, das ist... ...Lost Level 4. Die können in der Zeit ein bisschen forschen. ...Sauberer sind Level 7. Diesen Level. Oh. Abmarsch. Rein mit dir. Ich glaube ich, der da ködern will. Du und du. Ein Level 6er. Und ein fauler Troll. Das war jetzt. Jetzt habe ich es. Der hat doch... Der hat auch Mistress. Oh, mischt. Okay, dann brauche ich definitiv Hornies. Dann brauche ich definitiv Hornies. Und ein größeres Versteck. Das muss aber auch schon... ...schön symmetrisch sein. Da bin ich ab und zu mal ein bisschen komisch. Du. Nächste Handwerkskammer. Du. Handwerkskammer. Das ist ein schönere Versteckung. 3, 2, 1. Oh. Okay. Nevermind. Halt. What? Schon voll? Tatsächlich beides in voll. Dann machen wir das zur Schatzkammer. Und das zur Schatzkammer. Ähm. Das wird Schatzkammer. Und das wird Schatzkammer. Und das wird Schatzkammer. Drache. Bocht mich nicht. Oh, ne Level 10. Halt. Der darf Ködern. Na. Er doch. Machen wir doch. Und der dritte. Und der vierte. Und der vierte. Nö. Das machen wir nicht. So. Ihr Saftärsche sollt doch da. Weitermachen. Level 8. Oh. Das könnte ich ohne die Möglichkeit glaube ich echt nicht. So schnell der Schatzkammer bau. Das ist da, das ist da, das ist da. Ich nehme auch impfen mit. Das fehlt mir nur noch eine Mistress. Dann kann ich die nächste machen. Okay. Das heißt, ich muss warten. Halt die Klappe. Ich weiß nicht, ob er in Richtung OX geht. Das heißt. Die hier. Zwei da rein. Zwei da rein. Und du da rein. Auf jeden Fall hat er Spinnetrolle. Die Dame hat er auch. Also ein Stück weit ein Vorteil für mich. Ähm. Was war es? Spinnen und Käfer gibt eine Dame. Eine Mistress. Ich bin bei fast einer Million. Ich muss langsam mal seinen Köderaum finden. Also Spinnen wird auch mit reingeworfen. In der Tempel. Ich muss das Leben haben. Wenn wir dieses Level haben. Plopp. Die sind Level 9. Ja, frische 9 sogar erst. Okay, dann... Was machst du da? Was sagt... Oh Gott. Schauen wir doch. Das gefällt mir gar nicht. Ich hätte vielleicht doch noch kurz unsichtbar... Oh nein! Ups! Der Skelette? Also halt, ja, die Barbara, die da... Stimmt. Komm schon! 40 kreatores Maximum. Machen wir es so. Nein, kein Wuffi. Da ist auf jeden Fall sein Köderraum. Komm schon. Gib mir eine Spinne. Oder eine Mistress. Komm schon. Gib mir eine Spinne. Dann muss ich tatsächlich... Darauf zurückgreifen. Nee. Zauberer nämlich nicht. Komm schon. Äh, nein. Das habe ich ganz vergessen. Ach, LMA. Gib mir doch das, was ich will. Mistress perfekt. Halt, du bist der hier. Ups. Bestär. Ist den da will ich? Nicht in die Folterkammer. So, was habe ich jetzt bekommen? Du Saftarschbremse. Ja. Du hast noch nicht mal ein Versteck. Äh, das war ja Mistress. Ja. Wollen wir noch eine zweite Mistress? Jetzt brauche ich nur noch Trolle. Der ist Ködern. Jetzt brauche ich nur noch Trolle. Merge Troll. Merge Troll. Ah, Faschlevel 10. So. ich brauche ein troll ich brauche immer noch ein troll ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche come on, gib mir doch endlich mal wieder Kreatur rum. Ah, okay, Moment. Deswegen geht es im Moment nicht. So, das machen wir weg. Das machen wir weg. Ich brauche einen Troll. So, das machen wir weg. Ah, endlich. Ich habe immer noch keinen Rückbau. Oh Gott. Und die sind Level 9. Also jetzt brauche ich wieder einen Troll. Der hat seine Geköderei. Ich brauche einen Troll. Nein. Weg. Ich brauche einen Troll. Ich brauche einen Troll. Ich brauche einen Troll. Oh, schon wieder. Gehen wir doch einfach nur einen Troll. Mensch. Ich will einen Troll. Ich will einen Troll. Naja, fast. Das ist auch grün. Ich will immer noch einen Troll. Ich will immer noch einen Troll. Ich will immer noch einen Troll. Oh, da ist er. So, und die Zauberer sind jetzt auch fertig. Das heißt, Tentakeln, bitte raus. Pff, du bist... Nein, ich nehme mich nicht. Dann Hornida rein. Und ich brauche immer noch einen Troll. Verdammt. Mors, 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 Pum, Spinde. Sehr schön. So. Jetzt kann ich tatsächlich... Nein. 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 Lava fallet, bitte. Wo? Nur weil ich mich verklickt habe. Ist die Lava voller Aktiven? Nein. Moment, meine Zauberer wäre gekötet. Nein. Das lasse ich nur zu. Ich will noch einen achten Horni. Okay. Die Falle ist noch nicht gesetzt. Oh, ich bin ja auch blöd. Da kann ich lange warten. Okay. Okay. Dann muss ich alle imps wieder zurückholen. Soll ich mit Armageddon Spaß haben? Hornis haben Spaß. Was sind meine Hornis? Die Leiche von der imps sind auf jeden Fall... Ja. Ich habe einen Zauberer. Das ist jetzt mehr als schief gelaufen. Verdammt. Gib mir einen Troll. Askura, komm rein. Ich brauche dich. Dass ich dich opfern kann. Wo schon wieder? Oh, mischt. Ich habe drei imps verloren? What? Ich gehe mich ohne bei mir. Oh, keine, was ich habe. Okay. Ich gehe dich. Ich gehe dich enthalten. Ich gehe dich so gut. Woh! Ja jetzt! Woh! 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 Ah. Ich glaube, die sind kaputt. Ich brauche einen Troll. Du, Krishnas Game. Schon wieder einen Troll. Komm schon, ich will noch einen Troll. Da ist er. Geht doch. Zwei sind am Ködern. So, jetzt habe ich acht. Acht Hornies. Die müssen alle trainieren. Die Kreature, die ich jetzt bekomme, die... Ja. Moment, irgendwas stimmt da gerade nicht. Info gelesen. Von da. Zwei verbleibend zugestellt. An da. Verbleibend. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ich habe vor zehn Minuten eine Nachricht geschrieben. In eine Gruppe mit vier Leuten. Das Witzige ist, eine Person hat es gelesen. Eine Person hat es zugestellt bekommen, aber nicht gelesen. Das heißt, bei gelesen verbleibend zwei. Bei zugestellt verbleibend eins. Heißt es dann... Ach, egal. So, was kriege ich? Ein Troll. Ja gut, dann lassen wir den Troll. So, sobald die Hornies auf zehn sind, kann ich Spaß machen. Muss man dann vierer Hornie finden. Den da. Dämonix, nein. Wegen Drache, später. So, vier Hornies sind fertig. Der ist level acht. Der ist level vier. Okay, mit dem geht's. Der ist level vier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt, das weiß ich auch nicht, wer. Mein Zauberer, verdammt. Meine Zauberer wäre geködert, verdammt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Level 9, Level 8, Frische 8, 7. Da hat er 6er. So. Ich muss warte, bis der Hornig fertig ist. Seit wann habe ich einen Drache? So. Mir fehlen halt noch. Drei Imps. Neun, acht. Sieben, acht. Ne, ich habe einen Devlin zur Zauberer bekommen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So... Achso, ich dachte gerade... Ähm... Da ist er... Jetzt fangt er auch noch mit denen an... Okay, dann... Das da... Der ist noch nicht fertig, der soll noch... Dann der ist da... Tentakel mache ich auch mal da rein... So... Was sagen meine... Drei dahinter... Äh... Da ist er... Das ist ein größerer Tempel... Hoppla... Der ist jetzt frische 9... Mittleren... Ach da... Sobald er auf 10 ist... Geht's weiter... Ich habe alle im Tempel... Ich habe alle im Tempel... Und trotzdem reicht's nicht... Ich mache es jetzt endlich... Ich habe alle im Tempel... Okay... Der ist Hälfte 10... Ich habe alle im Tempel... 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 So... Jetzt... Jetzt kann die Party steigen... Ich habe alle im Tempel... 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 So... Ich habe alle im Tempel... 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 Ähm... Nein... Nicht... Ich habe alle im Tempel... Waaaaaahhhh... Gleich schon mal die Tour verloren, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe schon 14 Gradaturen verloren. Und damit verliert er jetzt, hoffentlich. 15 Gradaturen hat er jetzt, 17 hat er weg. Wir verdienen voll der Karma sogar. Er hat nur noch eine Kreatur. Ich habe keinen Horney verloren. Jawohl, mit Armageddon hat es funktioniert. Gut. Poppt mich nicht, das sind die Hornies. Das sind die Hornies, die jetzt gleich böse werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.